Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich jetzt hier die Sachen aufgebaut, die ich in meinem Video, das ich letztens hochgeladen habe, gesammelt habe, quasi zum Aufbrauchen aus meinem Kosmetik-Austortier-Video. Und da habe ich mir diverse Sachen rausgepickt, die ich jetzt möchte aufbrauchen. Und die stehen hier vor mir. Dafür habe ich mir hier mein schlaues Buch geholt und mir schon alles aufgeschrieben. Wir werden die Sachen jetzt wiegen. Ich habe mir meine Briefwaage hingestellt und auch für eins meine Küchenwaage. Und dann werden wir die Fortschritte im nächsten Monat sehen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das Ganze hier nenne. Ich wollte es nicht nennen, wie es jeder nennt quasi. Bei vielen heißt dieses Projekt ja Project Pen. Dann habe ich so überlegt. Ich bin aber irgendwie auf keinen großartig kreativen Namen gestoßen. Ich habe mir auch überlegt, einfach mal das ganze Format ohne Namen zu nennen. Ich wollte einfach was, wo die Nachhaltigkeit in dem Ganzen hier widerspiegelt, dass man nicht immer alles einfach nur wegwerfen soll. Aber es ist dann jetzt doch einfach Project Pen geworden. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Und zwar sind das zwei. Die wiege ich jetzt auch natürlich zusammen, weil die sind auch beide einfach fast leer. Die zähle ich jetzt quasi als ein Produkt. Und das ist der Augen-Make-Up-Entferner von Balea. Und das sind zusammen 59 Gramm. Ja, ist eigentlich fast eine Verpackung, ne? Dann habe ich die Handcreme von Mary Kay. Und da ist auch wirklich nicht mehr viel drin. Also da wiege ich jetzt hauptsächlich auch quasi Verpackung. Ja, das sind so 37 Gramm. Dann mein absolutes Hass-Produkt, glaube ich, wo hier jetzt echt dabei liegt, ist die Body Lotion von Isana. Und zwar ist das die Creme Oil Lotion mit Arganöl und Sheerbutter. Und die finde ich einfach sowas von schlecht. Und ich bin so froh, wenn die jetzt aufgebrochen ist, das kann ich keinem Menschen auf dieser Erde sagen. Das sind komplett 92 Gramm. Und ich habe mich jetzt mal gerade dazu entschieden, die Sachen nochmal neu zu wiegen auf der Küchenwaage. Weil eben meine Briefmarke unendlich alt ist. Also die ist noch von meinem Opa. Die ist nicht digital oder so und die ist ziemlich ungenau. Also machen wir es einfach auf der Küchenwaage. Dann habe ich von Glisskur mein Leave-In Haarspray oder Haarkonditioner, wie auch immer. Und den liebe ich total. Den möchte ich auch irgendwann wieder nachkaufen, wenn ich die anderen Produkte, die ich nicht mag, aufgebraucht habe. Und da haben wir insgesamt 53 Gramm. Dann das beste Deo auf der Welt, was für mich funktioniert, ist das Rexona Maximum Protection. Das möchte ich einfach nur aufbrauchen, weil ich auch noch andere Deos habe. Und immer wieder zu dem hier greife und so die anderen einfach nie leer werden. Das sind 72 Gramm. Dann habe ich von Balea hier eine Fußcreme. Und ganz ehrlich, ich creme meine Füße so gut wie nie ein, aber ja, ich habe halt eben Fußcremes, warum auch immer. Und weil ich die nicht wegwerfen möchte, brauchen wir die auf. Und da dreht es sich um 21 Gramm. Dann habe ich hier ein Be-Oil stehen, das schon uralt ist. Wirklich uralt. Das habe ich auch schon mal aufgebraucht, irgendwann vor 1000 Jahren. Habe es mir wieder neu gekauft und irgendwie nicht mehr weiter benutzt. Und ja, jetzt ist es an der Zeit, weil wer Be-Oil kennt, weiß, Be-Oil ist teuer. Da reden wir von 42 Gramm. Dann habe ich eine Black Mineral Mask fürs Gesicht gegen Unreinheiten. Und ich muss ehrlich sagen, die finde ich nicht wirklich toll. Aber dennoch möchte ich sie aufbrauchen, weil sie verschlechtert mein Hautbild nicht. Aber sie macht es halt auch einfach nicht besser. Aber da sie es nicht verschlechtert, da denke ich mir, ja mein Gott, komm, hast Geld dafür bezahlt. Dann brauche ich sie auch auf. Und das sind 69 Gramm. Dann habe ich eine Gesichtscreme von La Roche-Posay gegen Unreinheiten. Und auch die war sehr teuer. Und auch die finde ich aber sehr gut. Allerdings habe ich mehrere Angefangene und irgendwo muss man anfangen. Und deswegen fange ich dann einfach bei der an. Und das sind 37 Gramm. Dann hatte ich damals gesagt im Video, dass ich das hier quasi als Eins zähle. Die habe ich zusammen in die Kamera gehalten. Wir reden hier einmal von dem Fruchtsäure-Peeling von Revalde Loop und von einem Sachet von einer Gesichtsmaske. Ich zähle das jetzt einfach nicht dazu. Also ich werde die heute Abend wahrscheinlich einfach nochmal benutzen und dann ist sie leer. Außerdem weiß ich nicht, wie ich das Ganze zusammen wiegen soll. Weil an dem hier habe ich ja doch länger. Und seit dem Video habe ich es tatsächlich auch schon ein paar Mal benutzt. Und ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht. Also da reden wir von 26 Gramm. Und dann haben wir zu allerguter Letzt noch eins von zwei Garnier-Mizellen-Wasser. Ich habe mir jetzt fairerweise das geholt, wo voller ist. Weil ich bei den ersten Sachen Sachen geholt habe, die halt auch schon so gut wie leer sind oder fast leer sind. Und ja, wir wollen ja nicht bescheißen, weil sonst ist die Waage zwischen fast leer und noch super voll und dauert ewig und geht so schnell. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das hier das schwerste und vollste und größte. Und da haben wir insgesamt mit Verpackung 316 Gramm. Also das ist jetzt mal hier so der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Und ich bin gespannt, wie ich die Sachen benutzen werde. Und ich bin gespannt, wie sich die Grammzahl dann auch verändert, was die Häufigkeit der Benutzung einfach dann auch angeht. Ich habe jetzt keine Waage, die super mega genau einfach das Ganze auf das 0,01 Gramm irgendwie abwiegt. Aber ich denke, so für den groben Überblick einfach zu schauen, ob man Fortschritte beim Produkt macht oder nicht, reicht dann auch tatsächlich die Küchenwaage mit 1 Gramm. Weil ich denke, dass ich von nichts so wenig benutzen werde, dass es nicht nach vier Wochen spürbar ist. Außer ich benutze es halt eben nicht. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Weil ich habe noch, wer das Video gesehen hat vorher, ich kann es euch auch mal unten in die Infobox verlinken. Ich habe drüben im Zimmer noch mehrere Sachen stehen, die ich auch gerne aufbrauchen würde, nach und nach. Und man hat, also ich empfinde das so, dass man durch die Fortschritte, die man sieht, auch irgendwo ein bisschen motivierter ist, die ganzen Sachen einfach aufzubrauchen und sie dann tatsächlich auch zu benutzen, bevor sie dann doch kippen, schlecht werden oder man sie doch irgendwann unnützerweise wegwirft. Weil das, finde ich halt, ist immer die letzte Option und von daher, ja, mache ich das jetzt mal so. Das war es dann auch schon wieder von mir heute. Ein kurzes Video im Vergleich zu sonst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder und da wahrscheinlich wieder aus dem Keller oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird wieder was ausgemistet. Bis dann und danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.